Christian, es gibt glaube ich keine Frage auf den sozialen Medien, die mir häufiger gestellt wird als Zwangsenteignungen. Enteignungen, wir werden durch die Hintertür enteignet und ich sitze hier bei der richtigen Stelle, dass du dem Ganzen mal so ein bisschen den Wind aus den Segeln nehmen kannst und was du dazu zu sagen hast. Dazu darf es nicht kommen. Das Grundgesetz unserer Verfassung garantiert ja das private Eigentum. Hier in Berlin gab es eine Initiative zur Enteignung. Ich halte die nicht für vereinbar mit dem Grundgesetz. Das Eigentum muss garantiert bleiben. Auf diesem Vertrauen basiert unsere ganze Wirtschaftsordnung, unser ganzes gesellschaftliches Miteinander. Aus deiner Sicht das, was die ganzen Leute draußen vermuten, was kommen soll, kommen wird, Enteignung durch die Hintertür, ist überhaupt gar kein Thema. Das ist nicht mit dem Grundgesetz vereint.